Hallo und willkommen bei WhiskyRater. So, heute bin ich mal wieder sehr ehrfeuchtig. Ich habe einen Whisky auf dem Tisch, da kann ich gar nicht glauben, dass ich sowas überhaupt noch probieren kann. Kurz zur Geschichte, ich fahre jedes Jahr nach Limburg auf die Messe und die Limburger Messe ist eine absolute Raritätenmesse. Da kann man gefühlt alles kaufen und probieren, wenn man den richtigen Geldbeutel hat. Ich habe ihn nicht. Nichtsdestotrotz versuche ich immer, ein oder zwei Drams zu bekommen, bei denen ich Chancen auf das Altglas habe, um sie euch auch vorstellen zu können. Highlights, die man heute kaum noch bekommt und die es vielleicht aber trotzdem mal ganz interessant sind, in einem Video vorzustellen. Und es wird von solchen Schätzen auch nicht mehr viele Videos geben, von daher finde ich es ganz interessant, sowas auch mal verkosten zu können. Für mich so ein bisschen als Erfahrung, für euch so ein bisschen als mal gesehen zu haben, wenn es euch interessiert. Was haben wir heute? Wir haben heute einen 1975 destillierten Whisky-Wahnsinn. Lange, lange vor meiner Geburt, by the way. Wir haben einen Gordon Macphail Rare Old Series Convalmoire 1975. 1975. Ja. Convalmoire Distillery 1975. Und zwar haben wir das Fassnummer R0-15-06. 46% Alkohol, Bottle 2015. Damit ist der Whisky gut 40 Jahre alt oder 39 Jahre alt. Ich glaube 39 Jahre alt. 70 CL-Flasche. Ja. Achtung, es gibt mit den gleichen Daten 1975 bis 2015 noch einen Whisky auch von Gordon Macphail aus der Old Rare Series mit der Fassnummer R0-1601. Es ist also im Prinzip ein anderes Fass, aber grundsätzlich sind die sich sehr ähnlich. Ich habe die Flasche aus Limburg mitbekommen. Es ist jetzt noch ein halber Dram drin, nachdem. Hier oben standen noch die Preise drauf, was der Brot Dram gekostet hat. Natural Color Non-Shield Filter ist vielleicht noch ganz interessant. Brennerei wurde 1893 gegründet. Named after the Conval Hills to the west of the Distillery Convalmoire was one of the seven stills of Dovetown. Founded in 1893, the Distillery is now used by Grants for warehousing. Ja, also, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 39 Jahre alt ist hingemollt. Von 1975. Das war 14 Jahre vor meiner Geburt. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Aber hin und wieder, wir hatten letztes Jahr, hatten wir den Orkentoschen 1966 aus dem Geburtsjahr meiner Mutter. Das war genauso abgefahren. Aber jetzt, 1975, eine Closed Distillery. Man kriegt ihn aber noch. Ich habe gesehen, bei Masters of Maltes ist er drin für 1.300 oder 1.200 und ein paar gequetschte Euro. Bei The Whiskey Exchange kostet er 1.500 Pfund. Also, man könnte ihn theoretisch noch kaufen, wenn man ihn haben möchte und das nötige Kleingeld hat. Ja, der Whiskey ist 39 Jahre alt, abgefüllt mit 46 Prozent und es gibt wohl 299 Flaschen. Ähm, Cask-Type ist Refill Cherryhawk Set. So steht es zumindest online. Hier drauf steht es leider nicht. Convoy Moor ist übrigens eine ganz spannende Brennerei. Also, ich hatte noch nie was von Convoy Moor im Glas und deswegen fand ich es interessant, die mal zu probieren. Einfach, um einerseits bei mir einen dunklen Fleck auf der Whiskey Landkarte schließen zu können. Andererseits, weil ich es spannend finde, Brennereien zu probieren, die halt heute nichts mehr herstellen. Und wenn man sich dann so ein bisschen einliest, findet man raus, dass es eigentlich eine ganz spannende Brennerei war, die eigentlich sehr viel mit der Wirtschaft zu kämpfen hatte. Wurde gegründet, als gerade so Whiskey Hochphase war und alle Whiskey haben wollten und dann wurde aber irgendwann, ist die Nachfrage zurückgegangen, weil es ein Überangebot gab. Und dann hat man immer mal wieder zu kämpfen gehabt. Dann wurden sie restauriert von, wenn ich das richtig verstanden habe, 1962 bis 1975. In der Zeit gab es dann auch immer mal Produktionspausen. Und der ist von 1975, also kurz nach der Restauration. Von daher vielleicht ganz spannend. Spannend finde ich auch, dass die Brennerei 1985, also zehn Jahre nachdem dieser Whiskey produziert wurde, geschlossen wurde von Diageo. Und dann an William & Grant verkauft wurde, meine ich. Und die benutzen das Gebäude von Convalmore heute noch als eines ihrer Warehäuser, wo also zum Großteil Glenfieldich und Bervini dann inzwischen drin liegt. Aber es gibt eben auch noch Convalmore-Fässer. Die Lizenz von Convalmore liegt aber immer noch bei Diageo. Also wenn es noch Convalmore gibt, die rauskommen, dann könnte das von Diageo passieren. Also es könnte sogar heute noch passieren, dass eine Convalmore-Originalabfüllung auf den Markt kommt, was sehr unwahrscheinlich ist und was sehr selten passiert. Aber die rein theoretische Möglichkeit besteht, weil die Lizenz eben bei Diageo noch vorhanden ist und es auch noch Fässer gibt. Das meiste aus der Produktion von Convalmore landete übrigens in der Blendindustrie, in Black & White & Co. Wirklich, Abfüllungen gab es wenig. Ich glaube, es gab drei Originalabfüllungen. Zwei 1977 und eine 2003 oder 2013, ich weiß es nicht. Alles andere war über unabhängige Abfüller oder landete eben in der Blendindustrie. Und ja, einen, so einen unabhängig Abgefüllten haben wir hier. 39 Jahre alter Single Malt. Ja, für solche Schätze ist Limburg natürlich die perfekte Messe. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Kleingeld haben. Ich habe mir heute mal das 19-20-Blenders-Glas genommen, weil ich gehofft habe, da so ein bisschen mehr Aromen rauszubekommen. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe mir den eingeschenkt und habe erst hinterher festgestellt, dass der 46% hat. Ich hatte irgendwie im Kopf, der hätte 40. Ich habe eine Vanillenote und eine grüne Banane. Also, nicht komplett grün, aber eine Bananennote mit so einem leicht unreifen Touch noch mit dabei. Dazu ein bisschen Stachelbeere. Was ja in eine ähnliche Richtung geht. Mit noch so leicht säuerlichen, unreifen Noten. Und vielleicht auch noch so ein bisschen noch grüne Himbeeren. Ich habe viel Vanille. Und ich habe aber auch Holznoten. Also, wirkt sehr weich, sehr angenehm. Alkohol ist in der Nase schon präsent, aber das könnte natürlich auch am Glas liegen. Ich habe den jetzt bestimmt schon 15, 20 Minuten im Glas und habe den ein bisschen atmen lassen. Ich habe gedacht, also, wenn es einer verdient hat, dann so einer. Wahrscheinlich müsste man das noch viel, viel länger machen, aber da fehlt mir ein bisschen auch die Geduld jetzt für. Riecht noch so eine leicht frische Note. Riecht noch so eine leicht frische Note. Wie gesagt, das Glas ist, glaube ich, nicht ganz optimal für das Verriechen, weil er doch mehr Alkohol hat, als ich gedacht habe. Aber er riecht gut. Nicht sehr komplex. Apropos, nicht sehr komplex. Warum der Whisky kostet, was er kostet. Er schließt sich mir ja noch. Weil er alt ist. Weil er von einer Closed Distillery ist. Und weil er entsprechend selten ist. Dass der Whisky aber bei der Whisky Base mit über 90 Punkten bewertet wurde. Also, ich habe ihn jetzt noch nicht probiert. Das werde ich jetzt gleich noch tun. Aber so von der ersten Nase her zeigt er mir schon, er ist nicht 100 Prozent. Also, er ist jetzt nicht super, super komplex. Und da denke ich mir dann immer, bewerten die Leute solche Whiskys absichtlich hoch, um potenziell ihre Flaschen wertsteigernd zu haben? Also, ich möchte da jetzt niemandem etwas unterstellen. Aber mir fällt sowas halt auf, dass so Flaschen echt oft sehr hohe Bewertungen haben. Die Nase gewöhnt sich ein bisschen an den Alkohol. Jetzt kann man auch ein bisschen tiefer dran. Also, das Hauptaroma ist für mich die Vanille. Und es kommt so eine leichte Bitternote mit, wo ich dann sage, das ist so ein bisschen für mich auch die Holznote. Und danach kommt eben schon diese leicht unreife, banale, leicht unreife Himbeere. Ein bisschen Stachelbeere. Riecht super. Zum Wohl. Hohem Geschmack kommt erstmal viel Holz. Das hat pure Holzbrett von der Seite. Hui. Dazu brennt der Alkohol so ein bisschen auf der Zunge. Also, man hat so ein leichtes Kribbeln auf der Zunge. Ist nicht ganz optimal eingebunden. Danach kommt die Vanille. Danach kommt auch die Banane. Im Geschmack würde ich sagen, ist es doch mehr eine grüne Banane. Aber der hat viel Holz. Mein lieber Scholli. Aber lecker ist er trotzdem. Er ist nicht hochkomplex. Und das wäre so das, was ich ihm am ehesten ankreiden würde. 39 Jahre im Fass und trotzdem keine Komplexität. Aber gut, wenn das Fass jetzt nicht hochkomplexen Aromen abgibt, wo soll er die dann herbekommen? Kann er noch so lange im Fass liegen? Aber bei sowas geht es dann, glaube ich, auch nicht um die Komplexität, sondern um die Exklusivität. Diese Frische, diese Menthol-Minz-Note oder mehr-Minz-Note, die ist jetzt ein bisschen verflogen. Die kriege ich nicht mehr. Dafür kriege ich an der Nase noch eine ganz leichte Birnennote. Ja, viel Holz dazu kommt so eine, ja, als wenn so ein verkohltes Holzscheit eine karamellisierte Oberfläche hätte. Daran erinnert mich das. Karamellisierte Holzscheit. Ja. Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartungshaltung man an so einen Whisky rangehen kann. Bei einem 39 Jahre alten Whisky, da darf natürlich viel Holz da sein. Und da erwarte ich auch viel Holz. Und die hat er auch. Ich würde mir mehr Komplexität wünschen. Ich würde mir ein bisschen mehr Aussagekraft wünschen. Allerdings sind die Whiskys, die zu der Zeit produziert worden sind und vor allem bei Brennereien, die es eben nicht geschafft haben, eben jetzt nicht so die, die das Ruder noch rumgerissen haben. Weil sonst wäre die Brennerei ja nicht geschlossen worden. Ich finde ihn lecker. Ich finde ihn spannend. Und ich finde es gut, dass ich ihn verkosten konnte und so einen schwarzen Fleck auf meiner Whisky-Landkarte schließen konnte. Aber die Preisdiskussion über diesen Whisky machen wir jetzt bitte nicht auf, weil das wird so einem Whisky, finde ich, nicht gerecht. Und man kann eine Rarität nicht am Preis bewerten. Das ist, als wenn man ein Kunstwerk von, weiß ich nicht, Picasso oder Da Vinci oder wem auch immer mit einem rationalen Preis versucht zu belegen. Das geht nicht. Sowas hat halt Sammlerwert, Raritätenwert. Also die Nase gefällt mir wesentlich besser als der Geschmack, weil in der Nase die Holznote nur ganz leicht vorhanden ist. Im Geschmack ist doch deutlich mehr Holz vorhanden. In der Nase finde ich ihn schön. Da hat er, wie gesagt, diese schöne Vanillenote. Ich kriege unreife Banane, ich kriege unreife Himbeere. Also das macht schon Spaß. Im Geschmack kommt mir dann einfach die Holznote zu sehr durch. Und da schwingt dann eben auch eine leichte Bitternote mit. Nichtsdestotrotz ein leckerer Whisky, der viel zu bieten hat und vor allem eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und apropos spannende Geschichte, als ich mich mit Convormor ein bisschen beschäftigt habe, habe ich dann auch gelesen, dass die auch mit ihrem Brennprozess gespielt und experimentiert haben. So haben sie unter anderem Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer dauerhaften Destillation experimentiert. Das hieß dann, das war dann keine Podstill, sondern eine Silentstill, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wurde das dann eben dauerhaft destilliert. Spannend, habe ich noch nie von gehört. Müsste ich mich mal genauer mit befassen. War aber scheinbar auch nicht sonderlich erfolgreich. Ist nämlich schon 1912 wieder eingestellt worden. Aber grundsätzlich hat man auch mit sowas experimentiert. So, jetzt seid ihr gefragt. Erstens, hattet ihr schon mal was von Convormor im Glas? Zweitens, kanntet ihr die Brennerei überhaupt? Drittens, habt ihr auch Interesse an Closed Distilleries? Oder seid ihr auch so, dass ihr sagt, wenn man da mal die Finger dran bekommt, würde ich schon mal gern probieren? Und viertens, was wäre euch ein Jam oder eine Flasche davon wert? Also, was wäre euch das wert, sich davon einen Jam zu gönnen oder sich davon eine Flasche zu kaufen? Das würde mich einfach mal interessieren. Rein ohne Bewertung. Also, nicht wertend gemeint, sondern einfach für mich aus Interesse, wie das so bei euch mit der Wertschätzung aussieht. Und was wärt ihr bereit, dafür realistisch zu bezahlen, um das Bedürfnis zu stillen, mal sowas probieren zu können? So, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mit einem Daumen nach oben belohnt. Genauso würde ich mich freuen, wenn euch das Format grundsätzlich gefällt, dass wir auch mal alte Sachen vorstellen und ich auf den Messen immer mal wieder nach solchen Schätzen Ausschau halte. Oder vielleicht auch der ein oder andere von euch solche Sachen im Keller hat und sagt, hier, probier mal. Das hilft immer, wenn wir durch die Communities schaffen, solche Wissenslücken und Videolücken zu schließen. Wie gesagt, mich würde sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und am allerwichtigsten beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.